Dada ba ba, dada ba ba, dada ba ba Grüß Eich und ganz herzlich Willkommen zum Stadtfest der 72 Stunden Ohne Kompromisse in Oberösterreich! Der Bischof, der Landesrat, liebe junge Leute, Change heißt Veränderung und heißt auch Chance. Ihr seid die Veränderung und ihr seid die Chance. In den nächsten 72 Stunden verändert ihr an vielen Orten in ganz Österreich und in Oberösterreich eine Situation zum Bessern. Es hat selbst in den nächsten 72 Stunden die Veränderung in einer sozialen Einrichtung, denn ihr nehmt euch die Zeit, um tatkräftig mit anderen jungen Menschen etwas zu bewirken. Ihr seid wichtig, dass sich in unserer Gesellschaft etwas zum Positiven verändert. Bidet Change, das kann stehen für B, wie begeistert unterwegs in der Spur Jesu, E, wie eingebunden in eine Gemeinschaft, T, Tatendrang und Lebensfreude. Habe Hoffnungsschimmer, E, wie Ero. Habe Hoffnungsschimmer, Ero. Und dieses Du, weil du schickst, doch der Ort, weil du gibst, ist es dich. Wir sind die CMP aus dem Betreuung in Lenz und wir dann hier in Galnekirchen arbeiten dürfen. Wie man es hier gerade sieht, wird ein neuer Zaun gebaut, da sind die Burschen und die Mädels gerade am Bergen. Aber wir haben auch zum Beispiel schon bei den Dächern Unkraut gejätet oder bei der Koppel hinten bei den Pferden ausgemistet oder beim Multifierplatz das Unkraut da mal wieder entfernt, damit der wieder etwas gleich schaut. Los geht's! Ich bin der Daniel Stowiczek, ich besuche die 3D-Hack in Wels und wir sind hier für das betreute Wohnen Puchner. Vorher waren wir im Bauhaus und haben das ganze Holz hinter uns abgeholt. Das schneiden wir zusammen und messen alles ab. Wir bauen hier für die Personen Bänke und Tische, damit die Leute auch draußen etwas zu sitzen haben, wenn es warm ist. Musik 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 Ich heiße Miram Hinterlechner, ich bin hier mit meiner Klasse aus dem Borg Scherding, die 6BW und wir machen in Zusammenarbeit mit dem DH5 im Zuge von dem 72-Stunden-Projekt einen Pop-Up-Store mit Vintage-Sachen, die wir gerade auch sortieren, wie man hier sieht. Und das Ganze findet in der Herrenstraße in Linz dann statt, Samstag und Sonntag. Genau, also diese Zettel, die werden dann beim Pop-Up-Store auch hängen, zum Mitnehmen, so kleine Erinnerungen, dass man ein bisschen nachhaltiger seinen Alltag gestaltet. Hallo, ich bin die Rabia. Hallo, ich bin die Lea und wir sind aus Wien aus der Kunstmodeschule Herbststraße und sind im Haus für Senioren in Wels. Wir haben drei Tage Zeit, um sechs Adventskalender für die Senioren zu basteln. Und wir machen zum Beispiel einen Tannenbaum mit kleinen Täschchen drauf, um da die Geschenke reinzutun. Und wir machen auch noch andere weihnachtliche Adventskalender. Ich habe jetzt keine Ahnung. Wir machen auch noch andere. Hallo, ich bin der Derek. Wir sind die VSG Factory, wir sind die Filmcrew. Wir filmen für 72 Stunden ohne Kompromiss. Und wir fahren zu fünf verschiedenen Projekten, filmen es, machen Interviews und schneiden es. Und am Ende des Tages stellen wir es mal auf YouTube. Und am Ende des Tages stellen wir es mal auf YouTube. 20 Stunden ohne Kompromiss.